So, hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial und zwar soll es heute darum gehen, es wurde ja ganz oft gefragt, wie ich mir denn die Sichten im Bus immer anpasse. Das heißt, dass man etwas höher oder etwas tiefer sitzt und das möchte ich heute einfach mal ganz kurz erklären. So, dafür müssen wir in unser Omzi Hauptverzeichnis gehen. Das befindet sich wie immer da, wo es installiert hat, meistens unter, genau, dem Pfad, den ihr hier oben angegeben habt, eben eure Hauptfestplatte. Programme, Steam, Steam-Apps kommen in Omzi 2, den solltet ihr eigentlich schon kennen, den Omzi Hauptordner. Und da geht jetzt in das Vehicles Verzeichnis, das hat alles mit Bussen was hier zu tun, alles mit Fahrzeugen. Heißt, wir gehen immer hier in das Vehicles Verzeichnis und dann schauen wir eben, für welchen Bus wir das denn machen wollen. Also ich zeige es jetzt einmal exemplarisch am MNNL202, also der EN92, der zeige ich das Ganze mal. Und das Ganze werden wir dann übertragen auf den S319UL, genau. So, wenn wir das tun, heißt, wir suchen uns einmal hier den NL raus, den haben wir hier, NLNG, das ist der Kollege hier. Sie haben hier die ganzen Hofdateien, die wir hier eingefügt haben und natürlich auch die ganzen Busdateien, das ist das Wichtige. Also wir suchen die jeweilige Punkt Busdatei zu dem Bus, den wir uns eben verändern wollen. Also das sind alles Mods und das hier ist jetzt die originale MNNL202 Busdatei. Okay, die öffnen wir gerade mal mit Doppelklick. Wenn wir euch jetzt dieses Fenster hier kommt, mit was das denn geöffnet haben wollen, dann könnt ihr einfach hier den Standard Windows Text Editor nehmen. Damit öffnet man quasi so ziemlich alle Omsi-Skripts. Machen wir eben in diesem Fall jetzt einmal genauso. So, ich verwende allerdings Notepad++, das finde ich ein bisschen übersichtlicher. Also, könnt ihr machen, wir wollen dafür, wer kriegt ihr damit diese Punkt Busdatei auf? Und dann sollte sowas in der Art hier erscheinen. Und da scrollen wir jetzt so weit runter, bis wir eben hier in den Bereich mit den Kameras kommen. Genau, also dass wir hier sowas mit Add Camera Driver sowas haben. Also in dem Bereich wollen wir mal kommen. Und da sehen wir auch schon ganz kurze Beschreibungen. Das ist eigentlich ganz gut erklärt. Was wir denn hier für Zahlen vorfinden. Also hier sind jetzt die ganzen, da sehen wir, das sind einige. Es sind jetzt hier wie viele Stück? Genau, acht Stück. Das sind jetzt acht verschiedene Fahrerperspektiven, die wir dann eben im Spiel mit rechter und linker Pfeiltaste durchschalten können. Und unsere Standardansicht, das ist, denke ich mal, die, die wir am allerhäufigsten ändern wollen. Das ist hier die Nummer drei. Blick nach vorne, in Klammer Standard. Das dürfte bei den meisten anderen Busen genauso heißen. Das ist eigentlich immer der dritte Punkt. Meistens steht hinten auch eine kleine Beschreibung drin, was das denn ist. Dann kann man es dann auch identifizieren. So, also um den Punkt kümmern wir uns jetzt um die Standardsicht. Also die links, rechts gucken, das ist uns erstmal egal. Wir schauen mal hier auf diesen Punkt. So, wir haben hier erstmal den Befehl, dass wir in der Kamerasicht anlegen, das ist egal. So, und hier haben wir jetzt viele, viele schöne Zahlen. Die sind super und auch voll toll. Nur die Frage ist, was bedeuten die alle? So, ich erkläre es euch mal kurz. Ihr müsst euch den Bus erstmal vorstellen wie ein Koordinatensystem. Also wer jetzt aus der Schule kennt, nur hat eben ein 3D-Koordinatensystem. Das heißt, jeder Punkt im Bus hat einen X, einen Y und einen Z-Koordinatenwert. So, und genau aus diesem Koordinatensystem haben wir jetzt hier eben den X-Wert, den Y-Wert und den Z-Wert. Wobei eben X und Y vorne, hinten, rechts, links machen. In welcher Reihenfolge es dazu ist, müsst ihr mal ausprobieren. Aber relativ häufig wichtig ist eben der Z-Wert. Das ist hier der dritte Wert. Heißt, wie hoch sitze ich über dem Boden. Das ist jetzt in dem Fall 1,78. Wichtig hier immer mit Punkt und nicht mit Komma schreiben. Also das ist der Wert, den wir verändern wollen. Wenn wir jetzt die Höhe, die Sitzhöhe verändern wollen, da kann man jetzt einen anderen Wert eintragen. Da muss man relativ feinfühlig vorgehen. Das sieht man schnell mal gleich in der Decke. Also einfach mal ausprobieren. Könnt ihr so ein bisschen rumprobieren. Wie ihr eben, wie hoch oder tief ihr dann sitzen könnt. So, dann das nächste. Das solltet ihr einfach standardmäßig auf minus 0,06 lassen. Ganz kurze Erklärung dazu, was das ist. Also ihr wisst ja, wenn ihr euch in der F4 Außensicht bewegt, dann habt ihr ja einen Punkt, um dem sich quasi die Kamera rotiert. Ihr klickt ja mit der rechten Maustaste, wohin? Und um diesen Punkt rotiert dann ja quasi eure Kamera, wenn ihr mit dem Mausrad da quasi euch rumbewegt. Dann ist ja der Punkt, um den sich eure Kamera dreht, nicht genau der Punkt, wo sich eure Augen befinden. Also, ein riesen Unterschied zwischen dem Kameradrehpunkt und der Augenposition. Das ist genau so, wenn man jetzt hier in der Fahrersicht ist. Da ist das ähnlich. Da hat man zum einen das Halsgelenk, auf dem natürlich das Auge sitzt. Und natürlich die Augen selber. Also Kameraposition und Drehpunkt. Und der wird eben hier mit minus 0,06 vorgegeben. Den sollte man auch am besten so lassen. Sonst dreht man sich irgendwie ein bisschen seltsam. Also das ist so der Standardwert, der meistens ganz gut funktioniert. Der ist auch bei den meisten Bussen so drin. Den könnt ihr am besten mal lassen. Interessant wird es jetzt hier nochmal bei den 50 in der nächsten Zeile. Das bedeutet, das ist der Sichtwinkel. Also der Bildausschnitt, den ihr quasi sehen könnt. Heißt, wenn dieser Blinkwinkelausschnitt klein ist, dann seht ihr wenig. Also nicht viel nach rechts und links, sondern nur geradeaus. Und wenn dieser Wert größer ist, dann habt ihr einen größeren Blickwinkel. Und wenn ihr ganz weit einstellt, seht ihr rechts auch die Türen. Und links noch, keine Ahnung, was eben links aus dem Fenster draußen ist. Habt ihr ein sehr weites Blickfeld. Da kann man auch ein bisschen rumexperimentieren. Jeder normale Mensch hat so um die 45 Grad Blickwinkel. In Omsi ist es meistens so, dass der aber ein bisschen größer gehandhabt wird. Einfach aus dem Grund, dass man alles auch auf einmal im Blick hat. Dass man noch ein bisschen die Kasse vielleicht sieht auf der rechten Seite. Dafür ist er eben ein bisschen größer gewählt. Den Kamerabendab auch noch ein bisschen höher stellen. Da sieht man noch ein bisschen mehr. Ist eben Geschmackssache, aber der ist meistens auch so im Dehnwerk ganz gut gelegen. So, das nächste ist dann, beziehungsweise die nächsten zwei Werte. Das sind die letzten beiden in unserem Zahlenblock. Das sind die Sichtausrichtungen, genau, horizontal und vertikal. Also, bedeutet, entweder ihr schwenkt den Kopf horizontal nach rechts und links oder ihr kippt ihn nach oben und nach unten. Also, das ist einfach die, genau, rechts, links, Drehachse und oben, unten. Dürft sich, denke ich, auch von selber verstehen. Hier ist es jetzt so quer Richtung 0 und vertikal. Schauen wir eben um minus 10 Grad. Könnt ihr auf dem Ausprobieren. Da seht ihr quasi auch gleich, wenn man jetzt in den linken Spiegel guckt, dann guckt man ein bisschen weiter nach links und ein bisschen weiter nach oben. Also, um 20 Grad weiter nach links und um 5 Grad eben weiter nach oben. Das wird jetzt quasi den linken oberen Spiegel anvisiert haben. So müsst ihr euch das vorstellen. Also, das sind die Gradangaben. Mit ihnen rechts, links oder oben, unten guckt. So, das wäre jetzt jetzt quasi einmal erklärt. Und wie wenden wir das jetzt auf einem Bus an, wo wir zum Beispiel zu weit oben sitzen, wie im CETRA S319UL. Das ist der nette Kollege hier. Zack. Und dann suchen wir uns auch mal die Busdatei raus. Da habe ich jetzt von zwei. Das ist die Standardbusdatei. Und wenn man jetzt den Lavo-Mod von Cooper installiert hat, dann hat man auch die Busdatei. Ich nehme einfach mal, ist ja egal, wie einfach die hier. Seht ihr genau dasselbe, soweit runter scrollen, bis wir zu den Kameras kommen. Die sehen wir auch hier wieder. Und hier ist es halt leider jetzt nicht auf Deutsch. Ich habe mir das auch in den Google-Besetzer hauen müssen. Aber auch hier ist es so, dass der dritte Punkt die Standardsicht wiedergibt. Und wenn man jetzt so hoch sitzt, dann passt man sich einfach hier den dritten Wert, in dem Fall die 2,00, passt man sich einfach ein wenig nach unten an. Also, ich habe den auf 2 gemacht. Der war standardmäßig etwas höher. Den habe ich mir ein bisschen runtergesetzt. Bei 2,00 habt ihr den, so wie er bei mir im Let's Play ist. Genau, das ist das, was ich angepasst habe. So läuft das auch bei allen anderen Bussen ab. Heißt, die Busdatei mit dem richtigen Programm öffnen, mit dem Windows-Text-Editor halt auch die richtige Busdatei rausfinden. Das ist klar. Und dann eben hier die gewünschte Kamerasicht so umstellen, wie ich das erklärt habe. Eine kleine Zusammenfassung davon findet sich auch wirklich in der Busdatei selber. Das war auch das, woraus ich es abgelesen habe, das steht ja auch irgendwo. Also, alles, was ich hier in den Tutorials erzähle, stand ja schon mal irgendwo. So, ich decke mir das ja nicht aus. Ich habe nur das hier vorgelesen und auf 8 Minuten gestreckt, wo ich auch mal gesagt habe. Heißt, das ist, wenn man das einmal gehört hat, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Wie das alles denn so funktioniert, hier könnt ihr es nochmal nachlesen. XYZ. Dann eben das hier mit dem Drehding. Das könnt ihr gerade mal ganz gut gut achten. F4-Sicht. Könnt ihr gerade mal ausprobieren, was ich damit meine. Dann eben hier das mit dem Blickwinkel-Ausschnitt und dann eben Sichtausrichtung quer und vertikal. So, das war es für dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch noch ein bisschen was gebracht. Ihr wisst jetzt, wie ihr ein bisschen tiefer sitzt, wie ihr ein bisschen kleiner werdet. Und genau, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich sage tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann irgendwann anderswo wieder. Tschüss.